Guten Tag und herzlich willkommen an alle Abonnenten und an alle Zuschauer. Dann würde ich sagen, ein herzliches Willkommen zu einer Nordrheinischen Marsch. Mit dem OtterTV und mit dem Tari. Hallo. Leute, ich muss jetzt mal diese Kurve packen zuerst und dann gucken wir noch was drüber. So, wir fahren den Feldhandkurs hier ein. Jetzt! Wo ist das bis zum Preis aktuell? Da ist halt einfach irgendein Zaun oder sowas und da bounces einfach richtig weg. Bounce, 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 bounce. Bounce, bounce. Bounce nochmal an. Was hast du in der letzten Folge gesagt? Wir sind reich? Ah ja, sehe ich oben rechts, dass wir reich sind. Ja, ja. Ich sehe es auch. Wir sind gleich geändert. Weißt du schon seit letzter Folge. Ja, dass wir noch mal amüssen, weil ich noch eine Furesport hole. Für die Krabben. Das wird knapp, bis du wieder frei bist. Mein LKW ist nicht abgefahren. Und ich habe den Feldhandkurs nicht mal eingefahren. Du 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 du. Ich habe gehört, inzwischen in England. Wir fahren auf der rechten Fahrseite. Äh, ja. Gleich ist es gut oder so? War ich? Äh, linken. Ja! Ha! 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 Geil! Hör. Ehm. Ehm. Eine Palette ist gleich voll. Womit? Mit Krabben oder was? Nee. Nee. Also Holz. Ist auch super. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Kann er meinen Weg wegnehmen, wenn es läuft dir an der Zeit schon nicht. Meins läuft auch nicht! Also unsaht lag auch nicht! Okay, bei der Produktion und bei der Holzproduktion sind die ääh. Prozent das Haus liefert diese ich bin gerade mal zwei Wartel zwei Außenseiten von dem Feld gefahren wo wir jetzt gleich dran sind mit 40.000 also Leute was ich hier mache so lang er ist so sehr erinnert von von Produktion da kommt ein paar Bauchschirm rum sind vierzuhalten jetzt weil wir ja noch den Alben jetzt wieder aufsölfst und 44.000 sind ein ich hab's für Schlosser wegfahren Schweizer will ja laden ich soll abfahren ne Schweizer Hotel der Lade muss auch noch kaufen Radlader muss noch kaufen zum mal ein paar Jahre das hat sich ja in Reich wir sind auch Prozent was sie in den Austausch machen Prozent Prozent reichlich ist reichlich ist es um Neuze Prozent auch ich suche um ein er war ja ich hab grad im Grundgesetz das ist in das die und was er war so allerdings was gewaschen Ja, getrocknet ja, tut auch noch ein bisschen getrocknet. Vertrocknet. Fängt schon an zu schrumpeln. Wird der Optum noch gebraucht von dir aus? Ja. Sonst hätte ich gesagt, ich lasse einfach meinen schönen Deutsch hier oben stehen und mach das mit dem Optum abfragen. Fünf Minuten kannst du den haben oder zehn. Ich fahr gerade noch zur Tankstelle, bring dir die Vogel noch zur... Ach scheiß Motte, Alter. Weißt du, sonst kackt Motte in mein Zimmer. Vorsicht, alle bitte anhalten, weil ich berechne jetzt den Feldrand los. Ja, ich bin schon drauf. Ich stehe hoch. Gut, also Vorsicht, drei, zwei, eins. Neeeeeeeeeee. Es ist gerechnet. Okay, nein. Es liegt immer noch. Es liegt immer noch. Dann, dann. Stand, stand, bin. Ja noll. Er hat angeblich berechnet, aber ich kann nicht speichern. Ah jetzt! das der kurze der verbreitet, jeder auf großartig ist Problem bei mir ich kanns, ne, doch, doch ich kann fahren, fehlerfrei aber der Kursling kann ich nicht abspeichern ja, ist ein kleiner Erwurs von nein, nein ach so, ja, das hat er erklärt, das war ein bisschen abspeichert, der Welt hat den Krüste zum Sonst eingefahren also, wir müssen das Feld jetzt erst fertig machen und dann können wir erst Grüße, Mist, ist es Farming ne, das ist nicht mal Farming Tablet, das ist was anderes bei mir sind etwa 20 Jahre aus wie Farming ne, bei mir ist es Farming, bei mir ist es gar nicht also, du kannst mal versuchen zu speichern ich kanns den Kurs abzuspeichern hier wurde ich muss beschreiben, dass das gleiche Grunde du musst es immer noch reinlassen ja, ich bin ja nicht mal drin jetzt speichern lesel elf hexeln das bei mir, ich kann nur nachgucken ja, ist halt gespeichert, ist aber auch schreibt vielleicht drin hab mir äh und a geschrieben ja, ist egal wir wissen ja, was gemeint ist ja, gut, bei mir ist es wirklich angezeigt, was du eingegeben hast hey lol, alter, ich kann jetzt deinen Kurs nicht laden, ne? wechsel, weh, äh, doch, penn ja, kann aber bitte kurz den Kurs laden, damit ich... ja, warte, mach ich ich hab komplett nur äh, du hast auch zwei Kurses geladen ich hab gar nichts gemacht ohne Witz ja, der eine Kurs, der war den den ich eingefangen habe ein Kurs war der, den ich eingefangen habe, außen rum nein äh, ich kann den Hexer nicht verwegen wir hatten jetzt schon wieder was gekauft wir hatten jetzt schon wieder was gekauft ich hab einen Hexer gekauft nein, du musst einen Kurs reinmachen ja, hab ich ja jetzt außen geht es ja nicht einmal den Kurs starten und dann... ja, kommt mal raus kommt mal raus ich hab jetzt kaputt gemacht ich hab gar nichts gemacht du musst einfach hier ersten Weg bauen ja, mhm mhm, schon weiter, funktioniert, sag's, ne? äh, Nick ohne warte mal warte mal, jetzt muss man den Kurs noch mal neu laden warte mal, jetzt muss man den Kurs noch mal neu laden warte mal, du kannst schieben mhm seit 11 Jahren bist du ja nichts gekommen, das Wunder, ja ok Leute, das geht nicht nicht das jedes Mal, wenn wir einen Kurs speitern von so einer Größe geht das nicht, müsst ihr auch was ja auch noch statt machen und blockieren mhm ähm ja, folgen Pause oder was machen wir jetzt? ne, äh ich fahr, äh, ich fahr, äh Drescher, äh extra äh äh für nächste Folge zusammenspricht ja, obwohl es krent ist, aber nein hier ist es so, hier jetzt äh, lass mich kurz drücken ja, oder wir machen weiter einfach mit was anderem wir haben ja noch genügend andere Sachen zu tun aber da, ich mach da lass ihn doch machen, Fongel ja, ok ja, komm, dann mach mal natürlich weißt du jetzt, was da los ist, Leute ja, dann kommt man nicht mehr mhm mhm ich stehe mit mhm wie macht man dieses Teil an haha mhm 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 fast kürblich blatt abgöcke mhm 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 Vielleicht nach links. Weil ich hier oben fahre... Nee, nee, der Streifen links wird dann später kommen. Äh, genau. Irgendwann dann. Naja, ich kann, ich kann das. Ich kann das, oder? Du bist Profi, Junge, bis als Hexerfahrer geboren bist, oder? Ja, ja, okay. In seinen Träumen, sowas. Aber nur in seinen schönsten. Immer. Aber ne, den schönsten Träumen wäre ich ja. Ja, das gab's ja. Du hast gesagt, kein Roman rein und los geht's. Ja, könnte ich auch noch einschalten. Du hast nichts gesagt, nur ein Remsen. Ich wollte den dritten Gang ausprobieren. Ich komm dir am kleinen Gang hinterher. Ihr. Ich mach kein Vorgewende, kannst du hier sehen? Ich kann das Vorgewende. Nein. Ja, viel Spaß, Alter. Aber das machst du dann gleich, wenn wir wieder nach der Folge Cursplay wieder drin haben. Das Cursplay ist Vorgewende fahren, ohne dass du die Vorgewende mähen musst. Richtig. Das ist ne halbe Leerfahrer oder was. Oh, Alter. Ich will keine Vorgewende fahren, weil ich muss denn wieder GPS umhänden. Ohhhh, mimimi, 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 mimi, mimi, GPS? Was ist'n das? Wer braucht das? Alter. Mimimimi. Geil mei, ich weiß was wir bei 2 4 4 haben müssen. GPS? Ja, eingebaut. Ja, ich bin echt auch. er will sich sehen wir das nicht wahr ich habe euch schon mit der Welt gestellt ich habe ein bisschen Graben hab ich nicht gesehen ich meine nur bis halb reingefahren ich stelle es halt ohne GPS mach ich das nicht vorgewende er kann es auch einfach auf 90 Grad umdrehen GPS GPS ich muss ein Stückchen nachher ah ja, warst du nicht ernst das machst du es doch nicht? ja, ich verändere gerade die Führungskasse von aber das macht jetzt nichts Psyndy ich will dir nichts sagen ich fahr gar nicht schräg super aussieht, perfekte Schweizer super aussieht, perfekte Schweizer da das ist nämlich GPS du bist wieder ich freue mich da guck mal Schweizer so fährt man ab jetzt kippt der um es ist ich muss was da war er dran das was ich bin gut für Null iiih, in den Garten, huiiiih Na, vor allem bleibst du da stecken, wenn alles voll ist Ja, klar Ich hab 17.000 Liter geladen, also bisher geht's noch 4 Liter gehen aus dem anderen gar nicht mehr raus huiiih noch tiefer ins Wasser huiih, fahren sie nicht zu tiefer ins Wasser ja, versaufst du doch ist bei Youtube xxz und z auch passiert eh natürlich, liebe Leute, die, die kennen den Youtuber wissen welcher durchgedrehter Youtuber ist LASTEUCH Null achso, ja, ja, ich kenne den auch mal ich hab mich erst gewundert, was xxz bedeutet, aber ich weiß nicht mhm Klammer was? Klammer als Kanalbanner äh ne ne eine Flamme nicht mit dem Feuerding die 5 die stil zu bei sich zu werden die ist so richtig alle anordsten weiter ohne die WM auch gerade fahren da muss man sich ich bin wir haben die Welt ich war trotzdem ich habe gar keine Hand am Lenkrad es ist ein Anhänger wo voll wird oder das ist ein Anhänger hinsichtlich ach ja der Anhänger der ist ja trotzdem schon mit dran weil er viel ist ich habe jetzt alles weggeschoben fast soll ich dir das immer da hingeben? nein wo ist der Abfuck alter? jetzt sieht man wenigstens mal was dass hier was im Silo drin ist jetzt das ist dann 2 Eiger die Sonne und ein Anhänger von 2 weiter da steht Strom in der Welt betrifft ja er hat ja überhaupt Kollision ja ja auch nö viel Spaß mit Curve Bay der beste Fahrer ist der sag ich ihm gesagt der beste Fahrer ist der der beste Fahrer schiebt gerade der Schweizer wenn du es mal gesehen hättest hier stehen 3 Strommasters drin der beste der Schweizer hat ein bisschen mehr zum Rand dann würdest du auch alles mitnehmen nicht ich will die heute schon rum ich bin jetzt schon rum ich habe jetzt allein schon durch Hexen 6 Liter verbraucht ich weiß es gar nicht ich habe eher am meisten verbraucht die Hälfte stößt nur rum 1 wir können sie mit abfahren zwischenzeitlich ja auch schon in den Eidigen ja und ich gebe ihm einfach meiner Meinung wenn wir gleich wieder Dings da funktioniert stopp 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 ja was soll ich jetzt hier auf der Bahn wir werden gerade ausfahren Prozent 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 du hast gefällt mir was zu erinnern die Sorte sind nicht an und leut von deutsch und die deutsch die die ja bis heute niemand wird es kommen die spiel Male Gettbewer Bigkeit für die für die für die crap Grrrr Perfekt P Bis zum nächsten Mal, tschüss, tschau! Tschau!